Boah, Digga, Jungs, habt ihr den neuen Tanz gesehen? Der dicke Michael Jackson, Alter. Natürlich kaufe ich den nur mit dem Creator-Code André, YouTube, A-A-N-D-R-E-Y-T, Freunde. Eingeben, akzeptieren, BAM! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir Zombie Survival. Mit dabei ist der Mann mit den 1000 Stimmen, der beste Schauspieler und der schönste Sänger, den ich kenne, Freunde. SCH! Ihr wisst Bescheid, SCH, M-O-C-K, 3x Y. Wunderbar. Wunderbar. Und Freunde, ich habe jetzt einen Creator-Code. Falls ihr mich supporten wollt, gebt den ein. A-A-N-D-R-E-Y-T und wir legen los. So, Freunde, wir machen die zweite Runde, weil wir in der ersten direkt verkackt haben. Wir haben das, glaube ich, ein bisschen falsch gemacht. Ich dachte, wir killen so lange, bis keiner mehr spawnt. Aber ich glaube, wir spawnen durchgehend. Das heißt, wir müssen direkt durchlaufen und uns bessere Waffen holen und dann wieder durchlaufen. Und so geht das dann die ganze Zeit. Genau so machen wir das, André. Und ich laufe. Komm, jetzt machen wir hier James-Bond-Modus. Einfach durch. Ja! Versuchen, keinen Schaden zu bekommen. Hol dir die Waffe. Ja, er kratzt mich nicht voll mal. Oh, shit. Man darf... Digga. Ich habe Dynamit. Ich schmeiße Dynamit. Heil dich, heil dich. Digga. Uff. Okay. Wir müssen schnell zur Waffe. Ich muss schnell zur Waffe. Nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. Ey, die sind nicht geschält. Digga, die sind übel schnell. Ich habe eine Tech-9. Komm mit mir, komm mit mir. Ich komme, ich komme. Okay, hier sind wir safe anscheinend. Freunde, zweite Stage. Hier ist noch mehr Dynamit. Oh, pass auf, die kommt durch die Wand. Ach du, Kack, dann müssen wir hin. Hier sind Badaschen. Oh, hier ist noch eine Tech-9. Nee, pumpe. Du hast eine pumpe. Okay, okay, okay. Ich versuche so auf Fernkampf die Leute abzuknallen und du... Okay, ich gehe in den Nahkampf. Hier ist ein Nahkampf. Digga, die spawnen genau neben einem. Holy shit. Guck mal, hat der nicht mal unendlich Munition. Ja. Ey, was eine geile Map, Freunde. Boah, hier ist eine Autosniper, okay? Ich nehme die mal einfach mit. Hinter dir. Du bist irgendwie nicht so geil. Nicht so geil, ne? Nee. Nein, das ist geil. Digga, du hast eine LMG, ne? Ja, die benutze ich jetzt auch. Hinter dir. Ey, fuck, ich habe gleich keine Money mehr. Weiter, weiter, weiter. Ja, du musst weiter, du musst weiter. Wir müssen weiter, komm, 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 komm. Hier ist eine Bandage drin hier? Uff, okay, sehr geil. Ist das nur eine Bandage? Es sind zwei Bandagen. Oh, du musst dich kurz treffen. Okay, ich bin gehealt. Oben, übrigens. Wie kommen wir weiter? Hier, warte. High Risk, High Rise, Loot Medium, Faint High. Wie kommen wir da hin? Äh, da, hier, da, komm, wir mit, komm mit. Ja, ich komm mit. Hier rein. Ja, okay, perfekt, perfekt. Boogie Bomb, komm ich mit? Ja. Können die tanzen? Ja. Oh, pass auf. Warte, ich bin die Substanzen. Hä? Ah, sie bleiben dann, glaube ich, einfach stehen. Ich nehme Money, ich nehme Money. Hier müssen wir jetzt lang, safe. Oh, ja, ja, ich hoffe, ich falle nicht runter. Okay, geschafft. Oh, Spawnplatte, das heißt, Raketenwerfer. Uh, ja. Ich droppe die Raketen. Ja, ich habe noch welche bekommen. Okay, sieben Raketen, das benutze ich aber nur. Äh, ja. Aber nur vier, leider. Was? Nein, 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 ich habe keine Money. Äh, ich halte den ganzen Schuss. Nee, was machst du denn? Digga. Musst hier durch, muss hier durch, komm. Digga, der Schneemann ist draußen. Digga, Autosliper anzoomt, Junge. So macht man das. Okay, ich benutze meinen Raketenwerfer. Wohin, wohin? Warte, ich nehme einen Boogie? Ja, nehme einen Boogie. Lass sie runter, lass sie runter. Ja. Ich habe low, ne? Ich habe richtig low. Ich habe deine Pumpe mitgenommen, weil du die Fallen das nassst. Ja, perfekt. Nice. Okay, 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 okay. Du Freundin, ich glaube, wir sind Profis oder es ist einfach nicht schwer. Oh, was? Oh mein Gott. Direkt Instant Karma hinter uns. Eieiei, was hast du gemacht? Wie, was habe ich gemacht? Du hast ja alle auf einmal gekillt. Ja, ich habe 2 gekillt in der Schottgarten. Hier, Risky Rod. Loot low, fielst medium. Oh Gott, das ist immer noch am Anfang. Und ich habe jetzt schon low, Digga. Okay, C4, C4. C4. Mach, ich benutze ich. Ja. Oh, sehr schön. Hier sind Bandagen, Digga. Oh ja, sehe ich, sehe ich. Die brauche ich unbedingt. Ich sammle hier schnell Muni auf. Ah! André! Ich komme. Oh, ich muss nachladen. Oh, Digga, du mich auch. Bitte, Schwocki, hilf mir. Nein, ich bin nicht drin. Casey. Hast du, Digga, hast du. Habe ich, habe ich, habe ich. Wir müssen diese kleinen Wig-Raketen, Mann. Die schmeißen irgendwelche random... Ja, das sind doch kein Lister. Kacke, Alter. Ich habe echt keine Muni mehr, ne? Ja, und ich. Wir müssen weiter, komm. Das weiter, 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 weiter. Hier, Muni-Box. Oh mein Gott, 20 AP. Ich habe Raketen für dich. Ich habe noch 4, äh, 6 Raketen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Dienst high, loot high. Loot high. Okay, okay, okay. Oh, Schütz, nimm das. Spawn-Platte. Geschütz, okay. Ja, Digga, ich knall sie alle ab. Wurst auf. Oh, ich bin overheat. Ich bin overheat. Vorsicht. Digga, ich knall sie alle ab. Zieh, Junge. Oh mein Gott. Aber die greift das Geschütz an. Das hat Leben. Nein, ich habe noch 10 AP. Ich habe noch 10 AP. Nein, ich bin da oben, Digga. Ich hab dich, ich hab dich. Komm her. Nein. Die hört niemals auf, ne? Ich glaube, lass mich einfach sterben, weil ich spawn noch hier an der Spawn-Platte. Okay, wir krabbeln hier hinter. Komm. Okay, okay. Lass dich nicht sterben. Der Deagle-Master hier verteilt nur Headshots, Digga. Siehst du die Headshots? Ja. Wenn die immer so nach hinten gehen, so. Bruder. Digga, okay, jetzt, jetzt, jetzt. Krank, Digga. Wenn du mich jetzt safe... Geil. Geil. Oh, pass auf hinter dir. Lass sie ignorieren. Wir müssen nur die Kills fangen. Ja, stimmt. War mein Fehler. Boah, Digga, hier ist ja verrückt, Mann. Oh nein. Lass sie alle sammeln. Ich schieße mit Raketenwerfer rein. Ey, wie viel Leben haben die denn? Nimm hier Muni. Und da SMG Muni? SMG Muni? Ich drop dir mal alle meine SMG Muni. Okay, okay. Mit was spielst du? Äh, äh, Double Barrel und... Hier, ich drop dir 140 Schuss dafür. Ich dropp dir alle meine SMG Muni. Ich hab 500 SMG Muni. Oh mein Gott. Sehr geil. Ja, die Waffe ist ein Laser, Digga. Okay, hinter dir, Vorsicht. Lass weiter, wir müssen weiter. Wir bleiben viel zu lange auf einer Stelle immer. Ja, ja, ja. Oh, wenn man nachlädt, ist immer ganz gefährlich. Oh, hier. Loot High, Fiend High. Fiend High. Okay. Aber Spawnplatte. Das heißt, wir können von hier weiter starten. Was ist alles passiert? Oh, hier ist eine Musikbox. Ich kenne die gar nicht, Digga. Wollt sich hinter dir? Vielleicht töten von Zombies. Ah, ich weiß, wo die da ist. Die explodiert oder nicht? Die ist vorne. Die ist vorne, die ist vorne. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, stimmt. Wollt sich genau neben dir? Ja. Das ist alles hier. Badage? Kannst du mich kurz beschützen? Ja, ich beschütze. Digga, was ist ein Safe? Sehr schön, Mann. Ich wusste auch, dass du es selbst hat. Was ist das? Was ist das? Diese komischen Dinger. Die sind öfter hier. Ich glaube, das sind... Oh, hier ist der Bogen, Digga. Ah! Ich habe den Bogen, Digga. Der Bogen ist fertig. Oh, one shot. Aber nur vier Schuss, nur vier Schuss. Ich behalte die, Mann. Gib dir ein bisschen Schuss. Hier, komm her. Soll ich Schuss liegen? Ach, der Pumpgunshot. So, Digga, wo lang müssen wir? Müssen wir das Ding hier kaputt machen? Hier, komm, hier lang. Nimm kurz Money mit. Oh, shit. Freunde, das ist einer der geilsten Modes, die ich je gespielt habe. Ohne mit, das macht mega Bock. Fühlt sich gar nicht an wie Fortnite, irgendwie. Krass gebaut und die Musik ist auch perfekt dafür. Ja, ja. Musik ist geil, Freunde, aber sie ist leider immer sehr leise im Spiel. Ich muss das mal... Wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin richtig halb, Digga. Ich habe den Bogen. Ja, ich bin C4. Nimm du, nimm du. Ich bin voll. Ich habe keinen Platz. Nimm die Sniper. Scheiße, Sniper. Ja? Obwohl, ist auch stylisch, ne? Ja, doch. Ich nehme C4. Zwei Stück sind das. So, Freunde, wir sind jetzt im Finale. Jetzt kommt der Endboss. Ich bin echt gespannt, wie es abgeht. Dicker Fass. Wie bitte? Wie groß ist das Ding? Leute, guckt einmal, wie groß das ist. Dafür brauchen wir auf jeden Fall diese Bu-Box. Oh, hier sind zwei Spawner. Wollen wir... Einer links, einer rechts? Ja. Okay. Ihr habt direkt die Bu-Box rein. Was? Ich save deinen Arsch. Boah, die Bu-Box zerstört. Nein, nein. Oh mein Gott. Ich habe den Spawner. Digga, hier gibt es Flugzeuge. Nein, ich habe mich selber gekillt. Ich Mongo, Digga. Ich habe dich, hab dich. Ich glaube, wir müssen... Ja, mach... Oh, pass auf. Links von dir. Digga, die Banane gab nicht. Gib ich. Mach erst den Linken kaputt. Oh, oder so. Nein, Digga. Die haben ja noch mehr Leben. Hä? Ich habe noch zehn Leben. Was war das? Ist der bei dir noch da? Was denn? Oder ist der weg? Zwei Spawner sind bei mir noch da. Ja, bei mir auch. Okay, komisch. Ich habe noch C4. Ich schmeiß mal C4 rauf. Oder... Ne, das war es, ne? Ja, wir müssen abholen mit dem Flugzeug, Digga. Okay. Ne! Zieh, Junge! Ja, dann würde ich sagen... Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, gebt meinen Creator-Code ein, checkt Schmocki ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.